Ich freue mich, dass Sie da sind. Besuchen Sie uns wieder und jetzt übergebe ich an das Podium. Dankeschön. Meine sehr geehrten Damen und Herren von den Medien, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen zur Pressekonferenz der Art Karlsruhe. Wir sind dieses Mal im Badischen Kunstverein, der, wie Sie gerade eben ja gehört haben, 2018 sein 200. Bestehen gefeiert hat und uns heute seine Räumlichkeiten für diese Pressekonferenz zur Verfügung stellt. Dafür geht ein ganz herzliches Dankeschön an Anja Kasser und an Ihr Team. Mein Name ist Chris Gerbing. Ich werde, wie in den vergangenen Jahren auch, durch die Pressekonferenz zur Art Karlsruhe führen. Wir werden Ihnen innerhalb der kommenden Stunde die Highlights der 16. Art Karlsruhe vorstellen, Sie mit den vorgenommenen Veränderungen vertraut machen und Ihnen hoffentlich Lust machen auf die kommende Art Karlsruhe. Auch natürlich mit dem Katalog, der hier draußen bereits für Sie zur Verfügung steht, den Sie nach der Pressekonferenz gerne mitnehmen dürfen. Auf dem Podium begrüße ich heute Morgen links neben mir die Direktorin des Museums im Kulturspeicher, Dr. Marlene Lauter und Herrn Sturm, ganz an meiner rechten Seite, Galerist und Vorsitzender des Landesverbands Galerien in Baden-Württemberg. Krankheitsbedingt musste leider Herr Schrade, den ich an dieser Stelle ebenfalls natürlich auf dem Podium begrüßt hätte, absagen. An seiner Stelle darf ich aber sehr herzlich Olga Blass begrüßen, die Projektleiterin der Art Karlsruhe. Und zuletzt heiße ich ebenfalls sehr herzlich Britta Wirz willkommen, Geschäftsführerin der Karlsruher Messe und Kongress GmbH und Hausherrin der Karlsruher Messehallen, in denen am 20. Februar die 16. Art Karlsruhe und damit der Kunstfrühling 2019 eröffnet werden wird. Frau Wirz, jetzt möchte ich gerne direkt das Wort an Sie übergeben. Können Sie uns ein paar Key Facts zur Messe und zu Ihrer Entwicklung nennen? Ja, das mache ich natürlich sehr gerne, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich freue mich, dass wir heute hier zur Pressekonferenz zusammengekommen sind. Die Art Karlsruhe hat sensationell viele Highlights auf ihrer Ausstellerliste in diesem Jahr zu vermelden. Um die begehrten Plätze haben sich insgesamt über 350 Galerien beworben, national wie international. Und die international besetzte Jury hat sich letztendlich für insgesamt 208 teilnehmende Galeristen entschieden. Sie kommen in diesem Jahr aus 16 Ländern. Wir freuen uns, dass auch sehr, sehr viele Galeristen sozusagen der ersten Stunde nach wie vor mit an Bord sind. Und wir werten das als ein Zeichen der Loyalität gegenüber unserer Messe, aber auch durchaus als ein Zeichen wirtschaftlichen Erfolges, den man auf der Messe erzielen kann. Denn ein Galerist muss natürlich schauen, was bleibt am Ende des Tages an Business übrig. Und das scheint in Karlsruhe aufzugehen. So sind in diesem Jahr rund 180 Galerien ja wieder mit dabei, die auch schon in den Vorjahren mit von der Partie waren. Und das ist sicherlich ein Zeichen der Wertschätzung. Es ist aber auch ein Zeichen, dass wir am richtigen Ort sind. Denn Karlsruhe ist ein Kulminationspunkt für Sammlerinnen und Sammler aus mittlerweile ganz Deutschland vielfach, aber auch darüber hinaus und es zeigt uns eigentlich, dass wir mit der Messe sehr gut auf dem richtigen Kurs gehen. Künstlerliste 2019, da fallen uns natürlich ein paar ganz besonders tolle Namen direkt ins Auge. Sei es Max Bill, da wird sicherlich Frau Dr. Lauter nachher nochmal was dazu verlauten lassen. Aber auch Namen wie Frutrunk oder Hayek, Günter Uecker, Daniel Buren, das sind Namen, mit denen sich unsere Künstlerliste in diesem Jahr entsprechend rühmen darf. Aber gerade die konkrete Kunst, sei es wie sie auch zum Beispiel durch die Vasarely-Ausstellung zur Zeit im Städel gezeigt wird, bricht sich auf der Art Karlsruhe Bahn. Wir freuen uns, Werke der Monochromie in vielfacher Qualität und Ausführung auf der Messe sehen zu können. Sei es von der Zero-Bewegung oder auch von den Züricher Konkreten. Insgesamt sind wir aber wieder fokussiert und das macht die Art Karlsruhe ja auch seit Anfang an aus. 120 Jahre blicken wir zurück und natürlich auch auf die Gegenwart. In Summe haben wir 35 neue Galerien. Das ist im Prinzip der Neuzugang. Der liegt im ganz klassischen, sage ich jetzt mal, Normalumfeld. Aber die Qualität dieser 35 neuen Galerien, die ist großartig. Auch alleine von der geografischen Herkunft sprechen wir hier über Neuzugänge aus Teheran, aus Istanbul, aber auch aus London. Und es ist insgesamt der höchste Anteil internationaler Galerien, den wir je zu verzeichnen haben. 26,5 Prozent unserer Galeristinnen und Galeristen kommen mittlerweile aus dem Ausland. Das ist auch ein großes und schönes Zeichen, das wir hier auch so ausstrahlen. Insgesamt 196 One-Artist-Shows stehen auf dem Programm. Sie kennen die One-Artist-Shows, die Herr Schrade auch schon von der ersten Stunde an mit in das Konzept der Art Karlsruhe mit implementiert hat. Es sind Sonderflächen, die die Galeristen innerhalb ihrer Standkoje von mindestens 25 Quadratmetern nur einem einzigen Künstler zuwidmen. Und wir stellen in diesem Jahr erfreut fest, dass teilweise Flächen bis zu 50 Quadratmetern nur einem einzigen Künstler oder einer Künstlerin gewidmet werden. Denn das bedeutet natürlich auch, dass die Galeristen wissen, mit was können sie beim Publikum punkten. Und sie setzen da natürlich auch ein Stück weit auf die richtigen Karten. Und das zeigt auch dann sozusagen in dem Gesamtövre der Messe eine gewisse Beruhigung. Denn Sie können sich vorstellen, natürlich hätte der Galerist auch die Wahl alternativ, die 50 Quadratmetern für rund 50 Künstler zusammenzustellen. Aber dass er 50 Quadratmeter einem einzigen Künstler widmet, das ist schon ein sehr, sehr starkes Zeichen. Und das fördern wir natürlich auch mit der Art Karlsruhe. Frau Wirz, Kunst, Entdecken und Erleben kann man auf der Art Karlsruhe ja nicht nur in den einzelnen Messen kohlen, sondern auch durch das vielschichtige Rahmenprogramm. Was erwartet denn diesbezüglich die Besucher auf der diesjährigen Messe? Wir können auf jeden Fall wieder mit unseren Top 3 Preisverleihungen aufwarten. Lassen Sie mich vielleicht gerade bei den One-Artist-Shows anfangen. Die One-Artist-Shows werden jetzt schon zum elften Mal mit dem Art Karlsruhe-Preis ausgezeichnet. Hier unter anderem auch mit Frau Kasser in der Jury geht es darum, aus diesen One-Artist-Shows sozusagen die beste herauszuarbeiten und dann eines dieser Werke mit einem Preis von 15.000 Euro vom Galeristen zu erwerben. Dieses Objekt, dieses Bild geht dann in die Sammlung der städtischen Galerie hier in Karlsruhe. Und Sie erinnern sich vielleicht, letztes Jahr haben wir schon zehn Jahre dieser Werke, auch auf der Art als eine kleine Sonderschau präsentiert. Das ist eine sehr schöne Initiative sowohl der Stadt Karlsruhe als auch des Landes Baden-Württemberg, die Pari-Pari zu 50 Prozent jeweils sich an diesem Preis beteiligen. Und wir freuen uns schon, dass wir sicherlich auch da wieder einen tollen Neuzugang in diesem Jahr zu verzeichnen haben werden. Zum Weiteren, auch schon traditionell, ist der Hans-Platschek-Preis auf der Art Karlsruhe. Und hier hatten wir schon viele Highlights, aber ich glaube, in diesem Jahr können wir ein echtes Highlight ankündigen. Der Preisträger bzw. die Preisträgerin in diesem Jahr steht schon fest. Es ist keine geringere als Monika Bonvincini, die auch persönlich zur Messe kommen wird und ihren Preis dort entgegennehmen wird. Also das ist nochmal ein ganz toller Programmbaustein. Ich glaube, da darf kein Kunstfreund an dieser Stelle fehlen und natürlich auch nicht sie von der Presse. Zum zweiten Mal und auch als Würdigung der Skulptur und auch des Engagements der Art Karlsruhe für die Skulpturenplätze, die ja tatsächlich einmalig für diese Messe stehen, ist der von der L-Bank gesponserte Loth-Skulpturenplatzpreis der Art Karlsruhe. Und hier freuen wir uns, dass auch eine hochkarätig besetzte Jury wieder dann den Preisträger, die Preisträgerin ermittelt. Unter den insgesamt 19 Skulpturenplätzen wird hier ein Preisträger ermittelt und auch mit einem Preisgeld versehen in Höhe von 20.000 Euro. Wir freuen uns, dass die L-Bank auch hier ein weiterführendes Engagement in Aussicht gestellt hat. Das Thema, was uns ja immer am Herzen liegt, ist Sammler sozusagen oder vielleicht aus Gelegenheitskäufern Sammler zu machen und wie man das am besten macht. Das verrät uns in diesem Jahr auch das Artima Art Forum, was wir mit der Kunstversicherung der Mannheimer unter dem Motto Artima oder unter der Überschrift Artima Art Meeting sammeln mit Konzept in diesem Jahr präsentieren. Und hier freuen wir uns auf Gäste wie zum Beispiel den Direktor des Museums Ludwig in Köln, Yilmaz Zivior oder Harald Falkenberg, der zu uns kommen wird, der ja auch schon mal seine private Sammlung auf der Art Karlsruhe vorgestellt hat. Das war, glaube ich, sogar die zweite Art Karlsruhe, wo er präsent war. Und wir freuen uns auch auf weitere Teilnehmern, wie zum Beispiel Frau Dr. Lauter, die auch die Sammlung Ruppert hier präsentiert wird, unsere private Sonderschau in diesem Jahr. Wir freuen uns ganz besonders, aber da will ich jetzt nicht vorgreifen. Ja, Bauhaus, konkrete Kunst, das sind alles Themen, die uns auch auf der Art Karlsruhe begleiten werden. So haben wir eine Sonderführung in diesem Jahr zu Objekten auch zum Bauhausjubiläum. Und wir freuen uns, dass wir hier auch noch mal sozusagen herausarbeiten konnten, was hat die Art Karlsruhe auch zu diesem Jubiläum entsprechend anzubieten. Also Sie sehen, meine Damen und Herren, der Bogen ist wieder breit gespannt. Die Qualität ist hoch und auch zeitaktuellen Themen widmen wir uns auf der Art Karlsruhe 2019. Herzlichen Dank, Frau Wirtz. Jetzt sind wir natürlich alle sehr gespannt darauf zu hören, wo sich Ihre persönlichen Highlights in diesem Jahr befinden, aber auch wo die Akzente diesbezüglich seitens der Jury gesetzt worden sind. Wollen Sie, liebe Frau Wirtz, den Damen und Herren der Medien nicht einen kurzen Einblick in das Programm der Aussteller gewähren? Ja, gerne. Und das möchte ich fast ein bisschen überschriften. Mit Stars und Sternchen kann man das wirklich in diesem Jahr unvoreingenommen überschreiben. Gucken wir mal auf Stars und Sternchen der klassischen Moderne. Da fallen hier sofort Namen ins Auge, wie Jean Arp, Francis Bacon, Giacometti, Paul Klee, Picasso, Oscar Schlemmer. Das ist also wirklich wiederum ein ganz tolles Oeuvre, was sich hier auch auf der Art Karlsruhe in Sachen klassische Moderne wieder tut. Aber natürlich auch die Klassiker der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dürfen auf keinen Fall in dieser Top-Name-Liste empfehlen. Darunter Künstler wie Robert Motherwell oder C. Twombly. Auch besonders angesagte Künstler seines Tony Craig, Cindy Sherman, Jeff Koons sind vertreten unter anderem bei Premium Modern Art Heilbronn, bei der Galerie Klüser. Dann haben wir beispielsweise Michael Schulz aus Berlin, der wiederum hochkarätige Arbeiten unter anderem von Polke und Richter mitbringen wird. Das ist ja nun auch wirklich gerade Gerhard Richter in aller Munde. Und ganz, ganz stolz sind wir auf den Neuzugang, auch unter anderem der Galerie König aus Berlin, die uns auch zum Beispiel Werke von Monika Bonvincini wieder mitbringt. Sie sehen, hier schließt sich der Kreis. Alicia Quade ist zum Beispiel dabei oder auch eine One-Artist-Show von Jorinde Vogt. Das sind auf jeden Fall Hingucker. Unsere wirklich renommierte Galerie hier aus Karlsruhe, Meier-Rieger präsentiert auch wieder Spitzenpräsentationen, wie zum Beispiel Miriam Kahn. Auch Alex Katz, Julian Schnabel sind dabei, vertreten bei Schimmingen aus Hamburg. Fetzer, sage ich jetzt mal, traditionell auf der Art Karlsruhe vertreten, bringt Donald Judd mit oder auch Immi Knöbel. Da ist ja immer, sage ich jetzt mal, von Jahr zu Jahr eine gewisse Auswahl zu sehen. Damien Hirst ist zum Beispiel bei der Galerie Koch aus Hannover zu entdecken. St. Gertrude bringt großformatige Arbeiten aus dem Werkzyklus von Anselm Kiefer mit, auch gerade eine zum Titel Europa. Auch hier sehen Sie einen echten Hingucker, den ich an der Stelle gerne empfehlen möchte. Serokunst, schon immer auf der Art Karlsruhe sehr gut vertreten, auch gerade mit Günter Uecker. Der steht sogar auf der Liste von insgesamt zehn Galerien sogar drauf. Und ein ganz besonderer Hingucker in diesem Jahr, würde ich sagen, sind sicherlich die popartistischen Werke von Mel Ramos, der ja gerade erst verstorben ist. Und er zeigt uns wunderbare, erotisierende Darstellungen auch. Und das ist, glaube ich, eine ganz schöne Reminiszenz. Denn auch die Art Karlsruhe hat ja, Sie erinnern sich auch an die Präsentation Gunter Sachs 2012, wo wir auch schon viele Arbeiten zum Beispiel von Wesselmann dabei hatten. Solche Dinge wiederholen sich auch wieder auf der Art Karlsruhe. Und deshalb, Mel Ramos kann ich in diesem Jahr als besonderen Kleinstschwerpunkt hier nochmal sicherlich farbig empfehlen. Aber insgesamt 1500 Künstlerinnen und Künstler wieder auf der Gesamtliste, auf dem Gesamtkünstlerverzeichnis. Und das ist großartig, wieder zu sehen, welche Qualität, mit welcher Quantität sich auf der Karlsruher Messe verbinden lassen. Ganz herzlichen Dank, Frau Wirz, für Ihre Ausführungen. Ich glaube, meine Damen und Herren, Sie werden mit mir übereinstimmen, dass den Besucher, die Besucher ein hochkarätiges, extrem spannendes Programm erreichen wird. Frau Dr. Lauter, Sie leiten das Museum im Kulturspeicher seit seiner Eröffnung 2002 in einem alten Hafenspeicher in Würzburg. Neben einer ständigen Sammlung, deren Schwerpunkt auf dem 19. Jahrhundert liegt und dem künstlerischen Nachlass der Bildhauerin Emmy Röder, befindet sich in ihren Händen auch als Dauerleihgabe die Sammlung von Peter C. Oropath. Die Privatsammlungen spielen auf der Art Karlsruhe ja eine traditionell wichtige Rolle und werden als Sonderschau präsentiert. Sind Sie so freundlich und umreisen vor diesem Hintergrund für die Zuhörer die Besonderheiten und die Schwerpunkte der Sammlung Peter C. Oropath? Mache ich sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung darüber zu sprechen. Herzlichen Dank an die Messe dafür, dass wir auf der Messe hier auf der Art Karlsruhe mit dem Museum nicht nur in diesem Jahr mit einem Museumsstand auf der Museumsmeile sein dürfen, sondern eben sozusagen mit unseren Perlen aus der Sammlung nach Karlsruhe kommen dürfen. Wir sind ja nicht so ganz weit weg mit Würzburg, aber es ist doch ein anderes Gebiet hier und ich denke, wir können der Kunst da neue Freunde werben. Ich will versuchen, ein bisschen konkret zu werden mit der konkreten Kunst. Vielleicht zwei Sätze zu diesem Begriff des Konkreten, der einem ja in der Kunst anders begegnet als im Alltag. Wenn Sie da jemanden auffordern, jetzt werde mal konkret, dann erwarten Sie, dass jemand Ihnen einen Sachverhalt realitätsnah beschreibt. Genau das tut die konkrete Kunst eben nicht, sondern sie bezieht sich auf das, was die eigentlichen Bildmittel ausmacht. Also es geht hier um ein Erreichen, ein gesteigertes oder ein Arbeiten, um die Bildkräfte zu steigern, ohne abzubilden. Unter den vielen Manifesten, die es im 20. Jahrhundert gegeben hat und auch in der konkreten Kunst, finde ich eines ganz besonders schön und das ist von Theo van Doosburg, dem Holländer, der in einem längeren Text geschrieben hat, sind etwa in einem Bild eine Frau, ein Baum, ein Haus konkrete Elemente? Nein, das sind sie nicht, das sind sie draußen, das sind sie da, wo die Menschen sind. In der Kunst ist es Pigment und Leinwand und Grafit und was auch immer. Also war da die Aufforderung, in den 20er Jahren war das Ende der 20er, Künstlerwert konkret, bezieht dich auf das, was das Bild dir an Mitteln zur Verfügung stellt oder die du hast und arbeite mit Farben und Formen und schau, dass du Bewegung hineinbekommst, suggerierst, bring Effekte von hell und dunkel hinein und so. Also das vielleicht mal so ganz knapp zu diesem Begriff des Konkreten. Und bei uns in Würzburg setzt die Sache an, ziemlich genau mit dem Jahr 1945 und geht bis in die Gegenwart. Und es ist die Sammlung Ruppert, Peter C. Ruppert in Berlin, der sich zum Ziel gesetzt hatte, hatte schon vor Jahrzehnten, Kunst, die auf dem Bauhaus Ideen fußt, zum größten Teil, da komme ich auf Sie zurück, Frau Wirz, und sich dann anfängt weiterzuentwickeln und europaweit zu verbreiten. Und deshalb heißt die Sammlung Konkrete Kunst in Europa nach 1945. Entstanden, wie gesagt, über einen längeren Zeitraum, am Anfang ohne das Museum, das es in der Form noch nicht gegeben hat, am Anfang, wie es so geht, im privaten Kontext, bis dann der Sprung erreicht war, dass es nicht mehr fürs Wohnzimmer passte, sondern dass auch so viel an Konzept, an Struktur dahinter war, dass klar war, das ist für die Öffentlichkeit gedacht. Und so kam es nach Würzburg, Sie haben es schon angesprochen, Würzburg hat einen alten Hafenspeicher hergerichtet. Wir haben insgesamt im Haus 3.500 Quadratmeter und haben etwa 1850 davon für die konkrete Kunst. Seit 2002 sind wir dort. Seit 2002 ist die Sammlung Ruppert dort mit einem, ich würde sagen, mit dem kräftigsten Akzent im Hause. Wir bespielen diese Sammlung, indem wir Wechselausstellungen damit machen. Die Sammlung hat angefangen mit etwa 245 Objekten und wir sind inzwischen bei 422 von etwa 245 Künstlern. Es wurde also gerade erst in den letzten Tagen, das ist so, noch etwas Neues erworben. Und es wurde auch erworben, schon in Verbindung mit der Art Karlsruhe. Also da geht auch noch wieder etwas in die Sammlung ein. Der Sammler selber kann leider nicht hier sein, weil er sehr erkrankt ist. Aber ich hoffe, dass ich ihn ein bisschen vertreten kann, auch wenn ich ihn nicht als Person vertreten kann, aber doch das Konzept kenne, inzwischen mit ihm ja gemeinsam weiterentwickeln darf. und ihnen sagen kann, dass wir also Werke haben aus fast allen europäischen Ländern, dass nach wie vor, ich habe es ja gerade schon angesprochen, arrondiert wird, es wird weiter gekauft, Wechselausstellungen damit gemacht werden und dass es immer darum geht, signifikante Künstler eines Landes in die Sammlung zu bringen. Also die Sammlung verfolgt weniger das Einzelwerk von Künstlern, das gibt es ja auch, dass man so Entwicklungen nachzeichnet, sondern es geht darum, immer wichtige Werke für das Land und für das Werk eines Künstlers zu haben. So haben wir natürlich Max Bill, Sie haben es angesprochen, so haben wir natürlich Richard Paulose, wir haben Victor Vasarelli, wir haben Josef Albers und viele andere, die die Entwicklung maßgeblich geprägt haben. Wir haben einen Schwerpunkt in der Schweiz, weil ja dadurch, dass die Schweiz das Kriegsgeschehen unbeschadet überstehen konnte, sich da die Kunst auch unbeherrlicht weiterentwickeln konnte mit Figuren wie Max Bill und Richard Paulose an der Spitze. Wir haben einen Schwerpunkt auf der französischen Szene, vor allem mit Paris, wo wir in den 50er Jahren um die Galerie Denise René ja eine sehr vitale Künstlergruppe gab, die geometrisch abstrakt, das hieß da Abstraction Geometrique, die Begriffe sind so ein bisschen variabel, die sich da also durchgesetzt haben. Wir haben einen großen Schwerpunkt natürlich auf der deutschen Szene, das liegt nahe, wenn ein Sammler in Deutschland sitzt. Und wir haben Dinge, die man wirklich ganz selten findet. Das ist der Aspekt der konkreten Fotografie. Da werden Sie sich wundern und sagen, was soll die Fotografie im konkreten Bereich? Da braucht man doch das Haus, den Baum, die Frau. Also man will etwas abbauen, aber die konkrete Fotografie sucht sich ihren Gegenstand selbst. Das ist die generative Fotografie. Sie arbeitet oft auch kameralos, direkt in der Dunkelkammer und hat eigene Verfahren entwickelt. Also auch das ist in der Sammlung repräsentiert. Inzwischen hat sich auch ein eigener Schwerpunkt auf der britischen Kunst etabliert. Da werden Sie sich vielleicht wundern und sagen, haben die so viele tatsächlich? Da gibt es also eine Reihe von Künstlern, neben Bridget Riley, Ben Nicholson. Anthony Caro hat vieles Konkrete gemacht und viele andere. Also es ist ein sehr gefächertes Gebiet und man kann das also bei uns im Museum in sechs großen Räumen erfahren. Und wir bringen natürlich wichtige Dinge mit hier auf die Messe. Vor dem Hintergrund all der Dinge, die Sie uns jetzt erzählt haben, sowohl der Länderschwerpunkte als auch der Neuerwerbung, würde mich natürlich interessieren, was sich die Besucher von der Sonderschau der Sammlung von Peter C. Ruppert auf der Art Karlsruhe erhoffen dürfen. Und ganz konkret, welche Kunstwerke werden denn auf der Sonderschaufläche in Karlsruhe präsentiert werden? Ja, wir haben es ein bisschen auch repräsentiert. Wenn Sie in Ihre Mappen schauen, finden Sie diesen kleinen Prospekt. Da haben Sie es also auch ein bisschen anschaulich. Wir haben mitgenommen, mitgenommen, oder wir werden mitnehmen, wir fangen jetzt an einzupacken, Künstler aus neun Ländern, das sind deutsche Künstler dabei, aus den Niederlanden, aus der Schweiz, aus Italien, Großbritannien, aus Frankreich, Spanien, aus Dänemark und Schweden. Repräsentanten, die wichtig waren für die Entwicklung. Der bekannte Max Bilk, fiel ja schon mehrmals als Name, ist dabei. Richard Paulose ist dabei. Aus den Niederlanden ist es Bob Bonis. Aus der Schweiz ist es Cittulio Alviani. Großbritannien mit Bridget Riley unter anderem repräsentiert Frankreich. Vasarely, wir ordnen ihn in Frankreich ein, auch wenn er Ungarn ist, aber den größten Teil seines Werkes ja doch in Frankreich entwickelt hat. Aus Spanien Angel Duarte, aus Dänemark ist es Robert Jakobsen und aus Schweden Olle Bertling. Künstler, die sich zum Teil kannten oder kennen, die über Ländergrenzen hinweg in Gruppen, in bilateralen, in Allianzen zusammengearbeitet haben. Und es sind auch einige Zeitgenossen dabei. Es wird Peter Weber dabei sein. Es ist Gerald Miller dabei, sodass man auch sieht, diese Kunst ist vital. Die wird fortgeschrieben, die wird fortgearbeitet. Nicht alle Künstler, die jetzt Konkretes schaffen, setzen den Begriff der konkreten Kunst für sich ein. Aber wir arbeiten ja nicht schwerpunktmäßig mit Begriffen, sondern mit Kunstwerken, die vital sind. Und wir sehen einfach auch an jüngeren Entwicklungen konkrete Kunst wird weiterentwickelt, daran wird weitergearbeitet. Und auch das wird man auf der Messe sehen. Man wird Wandarbeiten sehen, Gemälde sehen und wir bringen auch einige Skulpturen mit. Ganz herzlichen Dank, Frau Lauter. Frau Lauter, das Bauhausjubiläum 2019 ist ja momentan in aller Munde. Und Land auf, Land ab wird dieses Jubiläum mit ganz vielen verschiedenen Ausstellungen gefeiert. Frau Wirz hat darauf ja gerade eben schon bereits hingewiesen. Bilder und Skulpturen konstruktiver Herkunft können in diesem Zusammenhang, denke ich, neu wahrgenommen werden. Sie haben es ja auch gerade eben ein klein bisschen angesprochen. Wie wirkt sich denn das Jubiläum auf die Sonderschau von Peter C. Ruppert auf der Art Karlsruhe aus? Und gibt es Kunstwerke, die Sie eben mit speziellem Blick auf dieses Jubiläum ausgewählt haben und mit nach Karlsruhe bringen werden? Ja, ein bisschen ist es so, da haben Sie recht. Ich hatte eben schon angesprochen, Josef Albers ist dabei und wer konkrete Kunst betrachtet, kommt an diesem Giganten natürlich nicht vorbei. Sie wissen ja, er war einer der Gründerväter auch der konkreten Kunst. In seiner Bauhauszeit hat er andere Dinge gemacht. Da hat er den Fokus am Bauhaus gemacht, aber dann ab 1949 kommt diese große und ihn dann bis an sein Lebensende beschäftigt in der Bildreihe der Homage to the Square. Und aus dieser großen, vitalen Reihe von Bilduntersuchungen oder Farbuntersuchungen haben wir ein Werden, das heißt Bright September. Sie sehen daran auch, Künstler, die konkretes tun, bedienen sich manchmal auch Titel, die dann anders als ohne Titel sind. Das ist ja für Museumsleute immer ein bisschen lästig, ohne Titel schwer zuzuordnen. Bright September heißt, es gibt also eine Assoziation zur Natur und das ist ja auch etwas, was ganz spannungsvoll ist für konkrete Kunst insgesamt. Wenn Sie das jemandem erzählen, konkrete Kunst, und sagen, da geht es um Geometrie, da geht es um völlige Loslösung von der Realität, da muss man ja ein bisschen aufpassen, dass jemand nicht anfängt zu gähnen und denkt, ist ja überhaupt nicht spannend. Aber aus diesen Dingen, die mit Farbe und Form agieren, gibt es dann immer wieder auch Brückenschläge zu sehr Lebendigem und auch eben zur Natur. Und mit all dem, was Josef Albers gemacht hat, hat er also Maßstäbe gesetzt, hat er ein Buch geschrieben, 1963 zum ersten Mal veröffentlicht, Interaction of Colors, das in den USA rauskam und dann weltweit weiter übersetzt wurde und in alle Länder vertrieben wurde und Generationen von Künstlern befeuert hat, würde ich regelrecht sagen. Wir haben also auf der Messe zum Beispiel Bob Bonis, den Niederländer, der sich unter anderem mit Josef Albers auseinandergesetzt hat. Also da haben wir so eine Figur, die so quasi im Rücken steht und viele andere beeinflusst hat und angeregt hat. Wir haben Viktor Vasarelli, der selber aus einem ungarischen Ableger des Bauhauses, aus dieser kleinen Bauhausschule von Shander-Bortnik kam und der übrigens, bevor er nach Paris ging, wohl lange überlegt hat, ob er nach Deutschland gehen soll, ans Bauhaus, aber das Deutsch war so kompliziert, dann war Französisch einfacher, also ist dann letztlich doch nach Frankreich gegangen. Aber er hat diesen engen Bezug zum Bauhaus und in seiner Art systematisch zu arbeiten, Bildmittel wirklich bis ins Detail zu befragen und zu bespielen, bis die spannendsten Lösungen gefunden wurden. In dieser Art ist er wirklich jemand, der auf der Bauhaus-Tradition aufbaut. Und andere eben auch, wie Olle Bördling in Schweden, also die dann das, was das Bauhaus nach dem Zweiten Weltkrieg dann in anderen Ländern an Maßstäben gesetzt hat, wieder aufgegriffen haben. Also wir haben es mit Vaterfiguren, wir haben es mit Josef Albers, wir haben es mit Vasarely, wir haben es mit Nachfolgern wie Bördling in Schweden oder Bob Bonis. Also das ist die Folie, auf der sich alles abspielt. Ganz vielen herzlichen Dank, Frau Lauter, für die spannenden Einblicke in eine, wie ich den Eindruck habe, schon besondere Sammlung, die auf eine außergewöhnliche Sammelleidenschaft hinweist. Darf ich noch einen kleinen Akzent? Ja, gerne. Das ist eine sehr außergewöhnliche Sammelleidenschaft, die auch sehr stringent ist. Er ist auch so, dass er wirklich auch nicht vom Pfad abweicht. Also wenn Dinge so am Rande auftauchen, dann bin eher ich diejenige, die sagt, man kann auch vom Rand her die Mitte bestimmen. Man muss auch Randdinge mit betrachten und mit in die Sammlung integrieren, weil der Begriff heute auch nicht mehr so streng ist. Und eins wäre mir vielleicht noch wert, mit einem Satz, wenn wir die Zeit noch haben, zu sagen, wir hatten es ja am Anfang nicht so leicht, so etwas in Würzburg zu etablieren und dafür Freunde zu gewinnen. Und das ist uns aber gelungen, unter anderem mit einem Museumsförderverein, der fast 1000 Mitglieder hat, in 16 Jahren gewonnen. Das finde ich ist großes Engagement. Und aus diesem Förderverein ist wiederum so eine Gruppe entstanden, die hat den amerikanischen Begriff des Volunteerings, die im Museum mitarbeiten, die auch mit auf die Messe gehen, die sie auch mit am Stand der Sammlung Ruppert antreffen. Also das ist auch nochmal so eine Sache, die also zeigt, die Sammelleidenschaft, die Herr Ruppert hat, die hat er den Würzburgern mitgegeben und die Würzburger stehen mit dafür ein. Ganz vielen herzlichen Dank. Also mich haben Sie jetzt neugierig gemacht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, meine Damen und Herren. Ich glaube, wir können alle sehr gespannt sein auf die Sammlung konkreter Kunst von Peter C. Ruppert und auf die Präsentation im kommenden Monat. Frau Blass, anknüpfend an die Ausführungen von Frau Lauter möchte ich mit Ihnen gerne über die Präsentationen von Privatsammlungen auf der Art Karlsruhe sprechen, die seit der ersten Ausgabe der Art Karlsruhe ja Bestandteil der Messe sind. Was ist denn dabei vor allen Dingen wichtig gewesen und weshalb bietet die Art Karlsruhe ausgerechnet Privatsammlungen eine solch prominente Bühne? Ja, das ist ganz richtig, wie Sie sagen. Es gehört tatsächlich von Anfang an bei der Art Karlsruhe dazu, dass jedes Jahr eine prominente private Sonderschau gezeigt wird und das ist maßgeblich darin begründet, wie Frau Dr. Lauter das gerade sehr gut beschrieben hat, hinter einer privaten Sammlung steht ein privater Mensch, der mit seinem ganz persönlichen Kunstinteresse an den Markt herantritt, in der Regel erst mal noch ganz alleine als Kunstinteressierter sein erstes Werk kauft. Das ist vielleicht in einer Galerie, vielleicht aber auch tatsächlich auf einer Messe. Wird er vom Kunstinteressent zum Käufer und diese Ankäufe, die er tätigt, gewinnen nach und nach an Struktur und wachsen dann zu einer Sammlung, die später vielleicht den Eingang in eine museale Struktur findet oder eben auch im Privaten bleibt, aber natürlich eine sehr große Sammlung bietet. Genau das ist das, worum es bei der Art Karlsruhe auch geht. Wir begleiten die Leute auf dem Weg vom Kunstinteressent zum Kunstkäufer und dann vielleicht auch zum Kunstsammler. Also es gibt Besucher, die kommen jahrelang auf die Art Karlsruhe, haben vielleicht noch nichts gekauft und irgendwann wagen sie diesen Sprung dann tatsächlich zum Kunstkäufer zu werden und genauso haben wir etablierte Sammler aus dem In- und Ausland, die die Messe jedes Jahr besuchen und auch hier ihr Käufer-Sammlungsfeld bedient finden. Die Sonderschau, die wir dann jedes Jahr zeigen, die private Sammlung, ist da sozusagen das Best-Practice-Beispiel, würde ich sagen, dass wir den Besuchern auch vor Augen führen, was tatsächlich daraus werden kann, wenn man seiner Sammelleidenschaft nachgibt und eben dem Pfad folgt, den man da eingeschlagen hat. Wollen Sie noch was zum Thema Sammlerland Baden-Württemberg sagen? Das hat ja auch so ein bisschen was mit dem Standort zu tun. Ja, da kann man tatsächlich sagen, dass wir einen sehr glücklichen Standort haben. Man kann wirklich sagen, Sammlerland Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg ist die Dichte an privaten Sammlungen sehr hoch. Sie ist auch sehr prominent. Also die Art Karlsruhe bietet eben einen guten Platz, um diese Sammlung nochmal zu präsentieren. Wobei wir da nicht auf Baden-Württemberg beschränkt sind, selbstverständlich, aber uns hier aus einem guten Umfeld bedienen können. Ganz herzlichen Dank, Frau Blass. Ein weiteres wichtiges Spielbein der Messe ist ja die Skulptur, die seit den Anfängen der Art Karlsruhe neben den Privatsammlungen breiten Raum erhalten haben. Die Skulpturenplätze der Art Karlsruhe sind Ausweis ihres besonderen Augenmerks beziehungsweise der Art Karlsruhe auf die Skulptur und mittlerweile ein Markenzeichen der Messe. Im vergangenen Jahr wurde erstmals der Loth-Skulpturenpreis vergeben, der von der L-Bank gesponsert wird. Wir haben es ja gerade eben schon von Frau Wirz gehört. Welche Motivation treibt denn die Art Karlsruhe-Macher bei ihrem Einsatz für die Skulptur an? Und weshalb gibt es denn diese besondere Betonung? Ja, tatsächlich sind die Skulpturenplätze ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal. Der Art Karlsruhe ist keiner anderen Kunstmesse gelungen, diese Skulpturenplätze in ihrem Konzept so konsequent und stringent über die Jahre zu etablieren und auch nachhaltig durchzuführen. Das ist zum einen natürlich den viel besprochenen räumlichen Situationen zu verdanken, die wir auf der Messe haben. Die säulenfreien Hallen, das gute Tageslicht sind einfach optimale Voraussetzungen, um Skulpturen gut zu präsentieren. Aber ganz wahrsgeblich steckt da das Engagement von Herrn Schrade dahinter und natürlich auch unseren Galeristen, die jedes Jahr dazu bereit sind, die rund 20 Skulpturenplätze zu bespielen. Ich selbst bin immer schon in den Aufbauphasen mit dabei und habe auch organisatorisch die Seite zu betreuen und bin jedes Jahr doch wieder sehr erstaunt, welches Engagement dahinter steckt, diese Plätze zu bespielen. Das hat Gewichtsgründe, das sind Massen, die bewegt werden, einfach von der Logistik her, Kosten natürlich auch, die von den Galeristen zu tragen sind und das ist einfach sehr schön, dass es jedes Jahr gelingt und wir freuen uns umso mehr, dass wir jetzt auch in diesem Jahr wieder den Loth-Skulpturen- Verleihs verleihen dürfen und dieses Engagement damit auch belohnen können. Wollen Sie vielleicht aus diesen 20 Skulpturenplätzen, die auf der Art Karlsruhe zu sehen sein werden, ein Beispiel uns geben, irgendwas, worauf sich die Besucher besonders freuen können dieses Jahr? Ja, also wir haben wieder 20 Skulpturenplätze, die sich über alle vier Hallen verteilen, schwerpunktmäßig in der Halle 2 und 3 die Skulpturenplätze, in der Halle 1 haben wir ein Skulpturenplatz und prominent in der Halle 4 für zeitgenössische Kunst auch ein Skulpturenplatz. Mir fällt es immer ein bisschen schwer, jemand herauszugreifen, besonders spannend ist sicher die Präsentation der Galerie Schlichtenmeier mit, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Hiromi Akiyama. Das ist eine ganz tolle Position, wie ich persönlich finde. Wir haben auch wieder Vera Ruhm dabei, Herbert Mehler ist dabei, David Nash wird präsentiert. Ja, ich denke, das sind viele spannende Geschichten. Was man vielleicht auch noch erzählen darf an dieser Stelle ist, wir haben die Skulpturenplätze, aber wie Sie alle wissen, werden in jedem Jahr eigentlich vor der Halle auch schon einige Skulpturen präsentiert. Da darf man in diesem Jahr nicht drüber stolpern. Die werden vor der Halle verschwinden, sage ich mal, finden, aber einen neuen, sehr prominenten Auftritt im Atrium der Messe Karlsruhe. Das ist die Grünfläche, die tatsächlich zwischen allen Hallen gelagert ist. Dort werden in diesem Jahr auch Skulpturen präsentiert. Und Sie hatten es ja vorher schon erwähnt gehabt, dass sowohl Galerie als auch mal Künstler ausgezeichnet werden mit einem 20.000 Euro dotierten Preis. Das ist natürlich auch ein Stück weit eine Wertschätzung dieses großen Engagements, diese großen, vielen Massen zu bewegen. Richtig? Tatsächlich. Der Preis ist eigenständig aus der Messe entstanden, wird von der L-Bahn gesponsert. Und wir freuen uns ganz besonders auch da wieder das Konzept des Art-Karlsruhe-Preises weiterzuführen, das eben sowohl Künstler als auch Galerist von der Preissumme profitieren können. Ganz herzlichen Dank. Kommen wir noch zum Thema Sonderschau-Druckgrafik, der auf der kommenden Art Karlsruhe inzwischen zum dritten Mal eine Plattform geboten wird. In Halle 1 werden auf 200 Quadratmetern insgesamt knapp 100 Werke präsentiert. Und die Preisspanne liegt dabei zwischen 250.000 und 45.000 Euro. Was war denn die Intention dieser Sonderpräsentation? Die Intention dahinter ist ganz klar, ein Schaufenster zu schaffen. Tatsächlich steht die Halle 1 für den Bereich der Auflagenkunst, das heißt Editionskunst, Fotografie und eben auch die Druckgrafik. Nichtsdestotrotz haben eigentlich alle Aussteller, alle Galeristen in ihrem Programm herausragende druckgrafische Werke, die dann wieder schwer an ihrem Stand zu präsentieren sind oder sich dort auch vereinzelt wiederfinden. Und die Sonderschau-Druckgrafik ist eben ein Schaufenster. Dort ist es so, dass alle Aussteller aus der Art Karlsruhe die Möglichkeit haben, sich zu bewerben mit einem Werk. Es werden rund 100 Werke ausgewählt, die dann auf dieser Sonderfläche präsentiert werden. Das ist zum dritten Mal und ich muss ganz persönlich sagen, ich betreue es auch zum dritten Mal und es ist jedes Jahr erstaunlich, welche Bandbreite eigentlich hinter der Druckgrafik steckt. Es ist natürlich zeitlich, wir beginnen dieses Jahr bei 1911 mit Arbeiten von Ernst Ludwig Kirchner ganz zauberhaft und dann natürlich geht es über die Jahrzehnte bis 2018 Elvira Bach und sehr zeitgenösschische Themen, aber auch die Technik, die dahinter steckt. Also es ist wirklich ein einmaliges Schaufenster, um einfach auch mal diese Bandbreite zu sehen, was Druckgrafik bietet, auch die Preisspanne. Es ist ein gutes Schaufenster, um sich mit der Thematik vertraut zu machen und es schließt auch so ein bisschen den Kreis, worüber ich am Anfang gesprochen habe, diesen Sprung vom Interessent zum Käufer, vielleicht zum Sammler. Tatsächlich ist die Druckgrafik per se, sage ich mal, die Einstiegskunst. Man hat, wenn man mit Sammlern spricht, zu späterer Stunde kommt immer irgendwann die Information, mit was man eigentlich angefangen hat und in der Regel sind es tatsächlich druckgrafische Werke, die am Beginn der allermeisten Sammlungen stehen und auf dieses Pferd setzt die Sonderschau Druckgrafik um da auch noch mal eine Einstiegsmöglichkeit zu bieten. Vielen herzlichen Dank, Frau Blass, für Ihre Ausführungen. Herr Sturm, wir kommen zu Ihnen. Sie sind selbst Galerist und als solcher Vorsitzender des Landesverbands Galerien in Baden-Württemberg. Auf der Art Karlsruhe sind Sie selbst mit einem Stand vertreten. Ihre Einschätzung, wie wichtig ist die Teilnahme an Messen für Galerien und was bringen Sie persönlich zur Art Karlsruhe mit? Also ich begrüße Sie alle recht herzlich. Danke auch, dass ich hier auf dem Podium sitzen darf und auch in Doppelfunktion sozusagen hier sitze. Noch in Doppelfunktion, sozusagen der Vorsitzende des Landesverbandes besteht noch, kommen wir später drauf. Für uns Galeristen ist natürlich eine Messe ein ganz, ganz wichtiger Marktplatz und im Zuge der Globalisierung wird es natürlich auch wird es immer wichtiger auf Messen vertreten zu sein oder ist es immer wichtiger geworden. Die Messe ist eine Plattform für sowohl nationale auch internationale Kontakte. Sie ist eine Plattform natürlich für die Gewinnung neuer Kunden. Sie ist die Plattform um Künstler, die eben auch nicht so bekannt sind, nicht das ganze Name-Dropping, beim Name-Dropping standhalten können, sozusagen mit eine weitere Plattform zu geben, einem größeren Publikum vorzustellen. Das sind alles Punkte, die auch auf der Karlsruher Messe, sage ich mal, noch sehr gut funktionieren. Die Messe ist, spürt man eine Messe, die sozusagen dem Mittelstand oder dem Mittelbau des Kunstmarktes sehr gerecht wird. Das haben wir sicherlich bei anderen Messen, internationalen Messen, eine gewisse Verzerrung, die dem Mittelbau, der ja der größte Teil des Kunstmarktes darstellt, leider entgegenspielen. Das heißt, es konzentriert sich wirklich auf die Spitzen, es konzentriert sich auf die Blutschips und die, sage ich, der Mittelbau oder die Mittelstandsgalerien, die finanzieren sozusagen die Party für die Großen. Das ist eine Entwicklung, die man weltweit auf den großen Messen, brauchen wir jetzt gar keinen Namen zu nennen, feststellen kann, was auch eine große Schwierigkeit, wird man auch in Zukunft sehen, für die Messen darstellen wird. Und das ist hier in Karlsruhe sicherlich ein schönes Beispiel, dass es auch anders funktionieren kann. Was sucht ein Galerist aus? Was suche ich aus für eine Messe? Das ist sicherlich ein Gemisch. Auf der einen Seite ist es immer ein Bauchgefühl. Welche Künstler nimmt man für diese oder jene Messe mit? Auf der anderen Seite hat es auch natürlich mit Rahmenbedingungen zu tun, wenn irgendwas Besonderes mit einem Künstler gerade auch in dem Raum passiert ist. In meinem Fall möchte ich einfach zwei Künstler nennen. Ich habe eine Solo-Präsentation mit dem jungen Künstler Dave Bob. Das ist ein junger Schweizer Künstler, der in Stuttgart an der Akademie studiert hat und in Stuttgart lebt, weil Reto Boller Student war, der auch mal Preisträger, der erste Preisträger der Messe war. Das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite stelle ich die Gabriele Oberkofler aus, die gerade in 2018 den Gerlinde-Beck-Preis hier bekommen hat. Und das ist natürlich auch dann ein Anlass, so etwas weiterzuführen und sie dann auf einer Messe zu präsentieren. Ganz herzlichen Dank, Herr Sturm. Sie haben ja gerade eben schon so ein ganz klein bisschen angedeutet, dass es durchaus verschiedene Veränderungen auf dem Markt gibt. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass es da noch den einen oder anderen Aspekt gibt, den es zu erwähnen gibt, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund des Galerienverbandes. Würden Sie dazu ein paar Worte sagen? Ja, gerne. Also es ist so, wir sind, wie Sie auch alle wissen und schon viel gehört haben, wir sind die letzten Jahre ja vor allem hier in Deutschland, wir, da meine ich jetzt den Kunstbetrieb, sehr gebeutelt worden durch auch politische Entscheidungen. Das ist natürlich erstmal allem voran die Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes beziehungsweise der Wegfall des erniedrigten Mehrwertsteuersatzes für die Kunst. Das hat für uns, für den ganzen Standort Deutschland erhebliche Schwierigkeiten, auch im Konkurrenzkampf mit anderen europäischen Ländern. Das zweite ist das Kulturgutschutzgesetz, was jetzt vor zwei Jahren in Kraft getreten ist, was uns auch hier wiederum einfach eine Schwächung des Standortes bedeutet, des Standortes Deutschland. Und zum dritten ist es die Künstler Sozialkasse, die aufgrund, es gab früher eine Ausgleichsvereinigung, die musste leider aufgeben, sind alle Galerien der Künstler Sozialkasse abgabepflichtig. Das bedeutet für uns Galeristen circa eine Verdoppelung der Abgaben zu vorher. Also das sind alles Bausteine, die uns schwer im Magen liegen. Insofern war es auch immer ein Landesverband, den es eben seit 1996 gibt, war immer ein wichtiger Vertreter gegenüber der Landespolitik. Aber eben auch hat der Landesverband immer die Zusammenarbeit mit dem Bundesverband gesucht. Es gibt gewisse Themen, die der Bundesverband eben nicht bearbeiten kann, weil wir ja wissen, dass die Kultur Länderhoheit ist. Es gab und es muss nach wie vor Vertreter in den Ländern geben, die den Kontakt mit der Landespolitik suchen. Aber eben auch der Bundesverband muss eben auch gestärkt werden. Der Bundesverband ist für diese Fragen, die ich gerade angesprochen habe, der wichtigste Vertreter und der wichtigste Spieler. und wir hatten die Länder, die Landesverbände hatten oder haben, immer das Problem, dass natürlich die Galeristen in zwei Verbänden sein mussten. Sie mussten zweimal Mitgliedsbeitrag bezahlen und aus den uns allen geht es eigentlich den Galerien, wir haben eher sinkende Umsätze und es geht es eher schlechter, war es auch ein Punkt zu sagen, wie können wir denn das bündeln, dass es dann nur noch einen Verband gibt, nur noch einen Mitgliedsbeitrag und so gab es eben jetzt Gespräche im letzten Jahr mit dem Bundesverband und wir haben es so gelöst, der Landesverband wurde jetzt beschlossen, dass er sich jetzt auflöst und dass es drei sogenannte Repräsentanten in den jeweiligen Bundesländern gibt, die die Aufgabe übernehmen, sowohl die Interessen der Galerien gegenüber dem Land zu vertreten als auch die Interessen der Galerien mit dem Bundesverband gegenüber ihm zu vertreten, aber auch gemeinsam mit ihm arbeiten, das heißt, sie sind auch dem Vorstand des Bundesverbandes unterstellt. Vor dem Hintergrund, was für Unterstützung, welche Unterstützung würden Sie sich denn von Seiten der Politik für diese vielen Veränderungen, die ja ganz offensichtlich sowohl strukturell als auch auf dem Markt vorhanden sind, sich wünschen? Das sind natürlich genau auf der einen Seite auf Bundesebene genau die Punkte, die ich angesprochen habe, in allererster Linie ist es die Mehrwertsteuer Diskussion, die kann aber nur in Brüssel gelöst werden, das ist ein Problem, was in Brüssel entstanden ist. Kannst vielleicht ganz kurz sagen, das Gesetz kam Anfang der 90er Jahre heraus, aus, dass die Kunst nicht mehr auf der Liste steht des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes. De facto ist es so, man kann nicht ganz genau sagen, warum das passiert ist. Es kann durchaus einfach nur ein Bearbeitungsfehler gewesen sein, weil es ist so, dass alle anderen Künste, Sie können alle nennen, ob das Film, ob das Literatur, ob das Theater, Tanz, alle, alle Künste stehen auf dieser Liste. Mit Ausnahme, die Bildung, die Kunst steht nicht mehr auf dieser Liste. Das aber zu revidieren und sie wieder auf die Liste zu bringen, ist bei der EU ein Riesenakt, es müssen alle Länder dem zustimmen. Und wir wissen, viele Länder haben viel wichtigere und andere Probleme, scheinbar wichtigere Probleme, da rutscht sowas immer ganz nach hinten. Das heißt, es bedarf eines guten Bundesverbandes, der gemeinsam mit der Politik in Brüssel das anregt, dass das wieder zustande kommt. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, was wir Länder nach wie vor machen können. Sie wissen, früher gab es für uns Galerien eine Unterstützung für Auslandsmessebeteiligungen. Das war Ländersache, das ist keine Bundessache. Das wurde vor vielen Jahren im Zuge der Einsparmaßnahmen eingefroren und ist nicht mehr existent. Das ist etwas, wo wir mit diesen Repräsentanten weiter dafür kämpfen wollen, dass wir da wieder eine Lösung finden, dass wir Galerien für den hohen Aufwand, den wir vor allem auf Auslandsmessen haben, eine Unterstützung bekommen, was auch den jeweiligen Standorten auch den Ländern gut tut, wenn sie Galerien aus ihrer Stadt, aus ihrem Land im Ausland wieder treffen. Herzlichen Dank, Herr Sturm, für auch Ihre Ausführungen. Sind wir mal gespannt, was die Zukunft bringen wird. Meine Damen und Herren, Informationen zum Rahmenprogramm und zu den verschiedenen Preisverleihungen, die das Messegeschehen der Art Karlsruhe bereichern, finden Sie in Ihrer Pressemappe. Wie jedes Jahr findet am Preview-Tag ab 10.30 Uhr der Presseempfang auf der Konferenzebene der Messe Karlsruhe statt. Ab 11 Uhr können Sie sich dann in den Hallen über das diesjährige Angebot der Art Karlsruhe einen Überblick verschaffen. Dafür wird die Karlsruher Messe und Kongress GmbH auch einen geführten Rundgang anbieten und wenn Sie daran interessiert sind, teilzunehmen, wenden Sie sich einfach zeitnah an Frau Becker. Informationen gibt es selbstverständlich auch auf der Webseite der Messe im Bereich Pressetermine und Informationen. Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Fragerunde. Zuvor darf ich mich aber bei den Teilnehmern auf dem Podium Frau Frau Wirz, Frau Dr. Lauter, Frau Blass und Herr Sturm sehr herzlich für Ihre Teilnahme und für die ausführlichen Informationen, mit denen Sie uns versorgt haben, bedanken. Die Fragerunde ist nun eröffnet, meine Damen und Herren. Das Wort geht an Sie und ich bitte Sie, Ihre Fragen jetzt zu stellen. Bitte schön. Gibt es keine Fragen? Niemand, der eine Frage stellen wird? Offensichtlich. Meine Damen und Herren, wenn es dann eben keine Fragen gibt und keinen weiteren Klärungsbedarf, dann darf ich mich nochmals ganz herzlich bei meinen Teilnehmern auf dem Podium bedanken. Mein herzliches Dankeschön geht aber auch an Sie, an die Vertreter der Presse und der Medien für Ihr Kommen und Ihr Interesse. In der Pressemappe, wie gesagt, finden Sie ausführliche Informationen und zuletzt darf ich Sie im Namen der Karlsruher Messe und Kongress GmbH zu einem kleinen Imbiss einladen. Außerdem gibt es natürlich die Möglichkeit, O-Töne von meinen Gesprächspartnern einzufangen und vielleicht ja dann doch die eine oder andere Frage im direkten Gespräch zu klären. Meine Damen und Herren, wir sehen uns hoffentlich entweder bereits beim Presseempfang am Preview-Tag derart Karlsruhe am 20. Februar oder an einem der folgenden Pressetage wieder. Bis dahin sage ich herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Applaus 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 Bis zum nächsten Mal.